zweiten part von rdr2 online wir sind ja unterwegs mit dem gau immer wieder a la ich hab mir in meinem part nee ich hab mir nicht in meinen part ich hab mir auf cut oder wie der nennt wie habe ich mir ne schrot geholt da kann ich jetzt köpfe weg mit knallen wir sind auf dem weg zur postkutsche um irgendeinen typen abzufangen ja das ist doch da ist er doch ja zwei begleiter ich bin schon dran abhauen kopf ist da ist der andere ja ja ich hol mir den ab ihn f für fessel mein bester du bist leider im match gefallen dass du dreckig bist tut mir leider leid erstmal dich plünder ich erstmal können wir in die kutsche nehmen kommen wir nicht über den zaun drüber ja scheiße ja super guck mal guck dir die scheiße jetzt mal an mein gaul staun und los gehts und los gehts durch die blätter wird sie mich gesehen hast du dein gaul hast du deine cam an oder alles im nächsten part ja dann machen wir das im nächsten part aber die knallen die sind hinter mir bin abgeknallt bin gleich da ich bin fast hinter dir mein gaul muckt mein gaul muckt mein gaul muckt muckt mein gaul muckt mein gaul muckt mein inconven проблема wie mache ich das ich hab ein gaul muckat ich hab ein gaul muckat ich hab ein yahfel Wie kann ich das dem Pferd geben? Ah da. Füttern geht nicht. Wieso? Wieso? Nein, ich bringe mich da. Ich hab's ne kleine Abkürzung genommen. Ja, ich... Keine, äh, ne? Nein! Gesucht! Ich brauchst du ein bisschen Hilfe. Ich bin auch ein Muck jetzt wieder oben. So. Wir sind am Aufräumen. Ach. Ja, ich hab... ... das Video fertig. Also, ich hab halt die Geonosalsche Arena gemacht. Ich hab auch... Finn? 40 Dollar?! Ich hab insgesamt... Ey, Finn! Was? Ich hab... ... äh... ... gesagt... Schreib mal in die Kommentare, wo wir als nächstes hin sollen, weil... ... da kann man ja jetzt aussuchen. Drei verschiedene Richtungen, ne? Man kann auch mit Controller spielen, seh ich grad wie das. Ja, aber... ... ich glaub, du hast natürlich ein bisschen besser. Red Dead Redemption? Weiß ich gar nicht. Finn? Aber... ... lassen wir diese Videos ankert, oder? Ja. Je, ich hink mal schon. Also, Red Dead 9? Ja, ich mach jetzt. Klaue. Weil ich hab einen kleinen Cut gemacht. Wohin er das geladen hat, aber... Ja, gut. Da ist ne freundene Person. Die ist jetzt... So, kann ich eigentlich schon mal direkt hochladen, ne? Ja, wir wollen aber erst die Red Dead Part haben. Ach so, okay. Dann mach ich das mal her. So... Ah... Ah, mein Goldmuck ist wiederum. Ja. Wir brauchen das nächste Gold des Pferdeübles. Man kann ihn doch irgendwie mit so ner Karte einlösen. Das ist lustig. Aber wie kann ich denn... Also, du weißt ja wie ich das ausrüsten kann, oder? Also, äh... Wie kann man die Karten dann benutzen, dann weißt du? Das weißt du, ja? Moin! Er ist weg. Der wurde eben von dem Typen gestohlen. Ha, ha, ha! Wow! Mach mal Schwie, Mann! Irgendeiner... Fühl mach du mal die Haaren an! Bin... Ja! Mach Schwie, Mann! Oh... Oh... Tu dich einfach du an! Ja, ich mach an! Ja, ich mach an! Hier bist du mit auf! Ach so! Haben wir da auch gerade gesagt? Von was ich höre, du solltest nicht wissen, wie das funktioniert. Sie kommen in die Räume vom Westen. Jetzt riechst du! Es war so lange, bevor die Kinder, die röpelt auf dem Nix haben. Ihre Jungs sind jetzt gangt. Habt ihr das Video schon gestartet, aber... Nee, weißt du, wir schaukeln noch Eier. Ja! Ach so! Jaaaa! Ja, 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 ja! Tim braucht halt mal ein bisschen, ne? Ist halt schon... Er ist schon alt. Das... Du brauchst deine Zeit. Das ist ne Kutsche, die wir hier aber fallen müssen. Oder steht hier diesmal? Weil die läuft nämlich auch nicht gelb oder so. Wir sind die SP Outlaws! Wenn mein Pferd muck wieder... Wenn wir jetzt wieder aufnommen, mach ich das auch. Was? Go, 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 go. Aha. Ja, die Pferd doch, die Pferd, die Kutsche. Die Kutsche fährt, das ist doch super. Das Pferd muckt sonst wieder. Wir können die... Guck mal auf die Karte. Wir können die nämlich abschneiden. Ah, alle töten, oder? Wir können die... Ah... Und die gerade. Da! Judoatze alle. Ich hab auch ne paar mehr Videos. Da lebt noch einer? Ja, den hab ich gold. Alles gut. Ich leck jetzt auch, ne? Weil ich Dings... gern mache. die vorproduktion ist wichtig obwohl nein 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 das ist das sehr schlecht unser zeuge ich finde ich muss das hochladen weiß wieso ich gesagt hat sie sollen die kommentare für den nix part schreiben ich will jetzt nicht ewig darauf warten ja das ist ja nicht ja ich wummel sie mach es einfach ist er das ich habe die alarmblocke daran wieso kann mein pferd nicht stoppen ich drückt kein w ich würde draußen ja blöcke diese ganz ja ich habe keinen einfach ein gaul ich schieße ihn jetzt ab nimm du ihn mit er sollt er hinterlaufen ich schieße ihn ab ich schieße ihn jetzt ab der folgt ja wirklich der affe affenarsch ich gehe jetzt wieder habe ich mit ich gehe jetzt so was ich gehe jetzt ich gehe jetzt ich gehe jetzt und ich gehe jetzt Ab ihn. Ich bin mit Z geschrieben. Oder mit C. Mit Z hast du mich gefragt. Oder mit C natürlich. Ich weiß nicht wo er ist. Doch aber mein. Ja doch. Ja der ein kommt. Hier ist er bei mir. Hallo. Eine andere Möglichkeit gibt es wohl nicht. Kann ich nicht nehmen. Ich finde du weißt ja immer die machen so einen geraden Strich. Ja. Wie macht man denn. Mit dem großen I. Großen I. Dieses Schlingel der. Warte echt. Check auf. Ob das jetzt so war. Kann ich mir so grad nicht vorstellen. Schönen. Den anderen Wichser bringe ich grad noch. Ich kann auch einfach so machen. Ich muss kurz mal. Ich laufe jetzt weiter. Ich hab genau. Ich hab genau. Judo. Ich hab genau 100 Wörter. Für die Beschreibung. Äh für den Titel. Ja. Soll ich mal sagen. Kampfenergie. Und du sagen schon. Arena. Klammern. Mech's window verliert sein Eis. Weil. Der hat dann sein Eis verloren so. Wurde den weg geschossen. Dann. So hinter. Lego Star Wars 3. Beklungen. Oder. Ach ne. Oder. das war irgendwie. Der hat da. Äh. Ich klär's mit meiner. Ich klär's mit meiner. Ich klär's mit meiner. Wenn die ne заaus sind. Oh sche ultra. Krönmücken. Wir machen. Hashtag. 3L1. So. So. Also. Allah. Wir haben jetzt hier den Auftrag. Erfolg battle. Geil. Jetzt kommt der nächste Auftrag. Ach, meine Güte. Wieso ist man mir ein Blackscreen mit dem Colt und am Laden? Das heißt nichts Gutes, glaube ich. Ah, doch, Cutscene. Nee, keine Cutscene, hey? 12 Dollar. Goin. was wollt er kopfgeld 10 Cent zu lang nein sag einfach den Weg da lang, ja, also ja falls ihr in den Kommentaren schreiben ihr habt den aber angeschossen er hat mich angereitet ja, das geht gar nicht er findet sich so einen veröffentlichten Zeitpunkt dort direkt ja, veröffentlichungszeitpunkt dritter, sechste, da machen wir ja ne, zweiter machen wir den zweiten dreiter, ist heute doch ja, ich weiß soll doch nicht heute doch morgen dann halt morgen ja, ich werde nicht sag mir entwicklungs ey, warte hopp, stopp nein, guck mal keine Ahnung 11 Uhr guck mal Maurice lebt hier was ey guck mal auf du du hab Maurice ausgefunden als primärer ne ne ach du scheiße von grad eben geht nicht ich ne keine missionen ich finde du kannst ja mal was ändern ich muss zum waffen store zum büchsenmacher weil ich ne munition brauche ich ne 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 wo genau wo ist die achse her katalog durchblättern munition munition mh a la ausverkauft ne 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 ich komm mit warte warte moment wo kann man die kaufen da müssen wir vorhin hol sie sie wieder hol sie sie wieder ich hier aus jetzt gehen wir zum fehler da wie sieht der aus ah da ist so eine der hat so eine fleischwurfaxt ne wir die kenne die sind wohl nicht ja in die luft hier ran, ne hier nicht hier hier gefunden den kamera ausraum nicht verkaufen verkaufen wollen wir nicht der will ausräumen kaufen ich muss nur dienst wurfmesser muss der 8 sein 1000 dollar sehe ich aus wie ein reicher reicher kaut ja wo ist das denn ja ja habe ich bin ich habe 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 gefunden du hast ein guter gar nicht mehr muss mich daran erinnern philipp nein die nächste ax werf ich auf den nächsten mit dem gesicht ich will es auch testen du gehst lieber weg ich kenne das nicht was weiter oh ha 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 hä a ha weg der schweinerhund ja das weiß ich nicht ja das kann man ja nicht anders solange wir noch keine tausende abonnenten abos haben und auch kein ding werbung haben dürfen es verzeigen das stimmt dass ich später müssen wir das zensieren dann vernehmen wir bestimmt auch geld dann schon so wo ist der pokerstore hallo hallo mein besser du kleiner wixer ich aber pokerst werden 25 Dollar, wenn du verlierst, Bruder, ist es vorbei. Ja, probat, Spielleiden. Nehmt dich auseinander! So, ich bin der Kommentator. Heute haben wir uns hier veranmeldet, um das Match zwischen Fangur und Jugo zu sehen. So, wie kann ich dich jetzt dingsen? Meine Damen und Herren, die du spielst, wir hoffen natürlich, dass niemand gewinnt. Da setzt sie zu ihren ersten Karten. Jugo überprüft seine Karten, ob sie ihm auch wirklich helfen werden. Fingur guckt gar nichts. Jugo macht maximal Einsatz, das wird sein Untergang sein. Jugo macht das selber. Jugo hat gewonnen. Ich hab gewonnen! Jugo hat gewonnen! Jugo hat gewonnen! Jugo hat gewonnen! Ich sag's euch! Ich sag's euch! Hm, Ende. Was haben wir denn? Finn ist dran. Ja? Ja, ja. Er macht Spicer, er guckt sich erst an. Mitgehen! Oh, Finn geht mit! Judo, das ist jetzt die Frage, was er machen wird. Ja, Judo geht all in! Mein Name! Ach, jetzt gehen wir beide in all in! Meine lieben Damen und Herren, das ist eine interessante Partie Poker, was wir da machen. Judo wird wahrscheinlich nicht gewonnen. Nein! Oh! Nein! Finn hat verloren. Jetzt raus! Alles gut! Raus! Ach, Judo. Und damit hat Finn die Partie Poker gewonnen. Finn hat zu viel Angst deinen Einsatz. Ich hab genug gewonnen. Ich hab genug gewonnen heute. Jetzt ich... Ich hab... Ich hab... Ich hab gelernt bei... bei GTA, dass ähm... Ja... Jeder Cent ist hier was wert, Julius. Das weißt du ja. Du hast 6 Dollar bekommen, ja. Bist du noch in der Bar, Julius? Ja, bist du. Der Finn steht auf Judo. Das ist... Ja. Einfach Redner. Ich hab rechts! Komm! Ein Gaul. Wieso ist eigentlich Gaul? Ja, ich bin reicher, ne? Gaul! Gutes Willen, ja. Wo ist mein Fuck... Mein Gaul ist weg. Wart auf mich! Los! Finn ist Gaul verschwunden. Ja. Oh, echt? Warte. Warte. Oh, mein Gaul. Find ein... Oh, ich wüsste... Guck dir mal auf... Guck mal auf ihre Mappis. Ich bin auf Schuss. Ein Mappi hab ich weggeschossen. Ja. Ja, ich sehe einen noch. Folg mir. Folg mir. Andere Leute anrennen, ne? Folg mir, Julius. Ja. Hauptstraße. Ich komme auf mich. Ich bin hier. Ich bin hier. Wir haben alle gelernt. Ich bin hier schnell von der Buhl. Jetzt wird er kein Bulle. Und Finn wurde getötet von einem Gesetzeshüter. Fuckin' Idiot! Oh, geil! Ah, er war verlassen, ja. Nein, du, du, du nicht. Ich hab Finn ist grad AFK. Nein, ich bin nicht AFK. Irgendwie bei so einem Haus, in so einem blauen Haus, in so einem Garten. Muss ich jetzt verschwinden, ja. Dosen nehmen. Dosen, hm. Ich hör die Schießerei. Ich bin an der Hauptstraße. Hast du meine Crew verlassen? Sind wir in der richtigen Runde drin? Ja, das ist jetzt die Frage. Muss ich jetzt hier rausgehen, oder was? Ich bin hier auf der Hauptstraße. Ja, der fällt hier grad lang, ne? Ja, 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 ja. Dann kann ich über den Sound klettern. Wo bist du? Ist ja viel los auf der Hauptstraße, ne, Finn. Hier ist das Weib, was mich eben umgebracht hat! Sorry! Sie packt mich, hilf mir! Hilf mir, die packt mich! Was? Nein! Junge! We can finish him here! We can finish him here! We can finish him here! Oh, Finn, Junge! Für das auch Rache! Wo ist Finn, dicker? Boah! Nee! Nee! Irgendworn im Fluss! So viel kann ich sagen! Ja, ne? Ich find, da kann ich den gedrückt, jetzt ist er irgendwo auf der Map. Kratzer! So, Junge, zum Video-Ende noch ein 1v1, wenn ihr's schafft! Warte mal, wo bist du? Lass uns in Sandstance treffen! Gaule, komm her! Hm. Ja, ich komm mit dem Sandstance, den Dennis. Deniz, Dennis, wie auch immer. Ah, ich seh den roten Spieler, ich seh den was auf meiner Karte. Er ist von mir! Hier ist ein Größter! Ah! 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 Fynn wurde von deinem Panther angegriffen! Fynn wurde von deinem Panther angegriffen! Ey, Fynn! Ah! Das ist gut! Das ist guter- Wo bist du? Ich seh dich! Pres- Pres- Wo bist du? Ja, Fynn ist irgendwie fast schön! Ja! Ich würd sagen... Ja, ne? Setschführer! Das ist eine Game! Ja! Das wollte er sagen! Das ist eine Game! Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr! Ich kann es nicht mehr!